Das, was er gerade mit Leipzig hinkriegt, dass da ein ganzer Bus voller, aber wirklich Top-Spieler sich verabschiedet hat und was dann so nachkommt. Und dann siehst du die Kicken, fragt man die Bayern, wie sie das fanden da im Supercup mit denen. Und deswegen ist Warner, da wird ganz lustig. Also deswegen, dass Eberl ein Thema immer sein würde als Figur, nur Tuchel war erstmal, wusste, kannte Christoph Freud nicht so richtig, wusste nicht. Und dann hat man sich jetzt, aber man tauscht sich sehr gut aus. Und ja, wir planen auch schon den Winter und machen schon, Weihnachten wissen wir ja schon, dass hier einiges passieren muss, denn sonst spielt irgendwann nochmal Manuel Neuer auf der Holding Six oder sowas.